Es hat ziemlich laut geknallt gerade Bei uns hat es vorgestern schon ziemlich gescheppert, haben sie eine Panzergranate einschärft Okay So mitten in der Stadt die Tür nicht hier Fertigstreffer Fertigstreffer Fertigste Meine Fresse, ob die nichts besseres zu tun haben als usualen freien Tag anzurufen Achso, ich bin übrigens wieder da. Wir hatten es mitbekommen. Erwischt. Aber das ist doch jedes Mal so, ne? Jedes Mal werde ich angerufen wegen irgendeinem Quatsch, weißt du? Den man sich auch selber erklären kann. Zum Beispiel mein Vater, der ruft mich an, weil irgendwo im Fernsehen etwas glaubt. Hallo? Wann gucke ich mal Fernsehen? Wieso? Ah, nee. Ja. Kälte wurde getroffen, sicherlich ein Hochhinteressen. Ach toll, jetzt habe ich meinen Wagen zu Schrott gefahren. Wieso? Äh, Handy am Steuer ist nie gut. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gibt's doch nicht. Da dritt er in der letzten Sekunde noch, wenn die andere riecht. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich äh, momentan lieber Arma spiele. Ja. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Äh, äh. Wenn du mich so hörst, meinst du? Ja, ich meine, ich bin auch in letzter Zeit, ich hab, ich merk schon, dass irgendwas am, am, Headset hier, hier, Schrott ist, weil ich so gefüllt hab wie so ein Beklotter. Da ging mit, da ging mit, der war auf den Sender. Aber da macht doch, macht doch keinen Spaß, wenn du so ne... Ja, aber wie soll ich sagen? Ist das neu aus? Ne, so ne... Unfähigen Kindern, weißt du? Wie sie freuen, äh, äh, hier, ich hab ein Achter hier, zack, vom Tod. Ne, ne, der Bad war einfach, äh, kein Spaß. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen, äh, wie... Moment, wie die Birne im, im... To button fell. To button fell. Alter, ja? Bitte. Ein bisschen Applaus hier. Bisschen Applaus hier. Hehehe. Bum. Warte. So, du hast... Hörst du... 6.000er Effizienz, boah. Was, Null? Weihnacht. Ja, Null? Mit einem 10er Panzer ist das nicht schlecht. Aber wenn du jetzt siehst, was ich hier alles gekriegt habe, du meine Fresse. Ich habe gekriegt, Überlegenheitsabzeichen Panzer, das hatte ich zwar schon auf dem Erdpanzer R100, aber egal. Dann Wirkungsfeuer, verursachen sie mehr Schaden an Gegnerfahrzeugen als ihr Fahrzeug an Strukturpunkte hat. 4 Kills in einer Runde, Bombensicher habe ich gekriegt, ihre Panzerung muss mehr Schaden abhalten als ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. Handgottes, Schläger, Stahlwand, Großkaliber und Spartaner. Ja. Sogar 30.000 Credits plus gemacht, ja. Mit einem 10er Panzer. Oh, 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 oh. Sag mal. Ist der besoffen oder was? Oh, 7241 effizient WN8 in der Runde. Na 50 Prozent des Siegerates haben wir heute auch noch geschafft. Jetzt muss ich doch aufhören, jetzt muss ich eindeutig aufhören.